Herzlich Willkommen bei CaptainCL und wir haben eine Runde CSGO! So wer ist B? Ich bin B. Bitte gehst du dann bitte auf die Kante und lässt dich runter droppen Richtung City Base, falls die kurz kommen, ja? Dass du nicht sofort erstirbst, ja? Ja. Ich werde auch hier hinten stehen bleiben. Komm mit B. Eine Box hier. Lang nix? Komm mit B Basti. Alter ich hab voll, ich hab voll die Lecks. Die sind schon drauf. Sind drauf? Sind schon drauf! Bombe down! Jetzt nehmt die Bombe aber wieder auf. Es sind nur noch 3 drauf. Alter ich hab voll den Monster-Lack. Das ging gar nicht. Ohhhh. Wer bei Captain? Bitte? Bei einer noch. Ich bin Cutters. Ruhig der muss legen. Der ist Mitte. Mitte ist er. Die Bombe liegt aber auf B. Du bist alleine. Haben die schon gecuttert oder? Nee. Ruhe! Ja. Das gehört auch probiert. Das gehört auch probiert. Alter! Alter! Alter so gerade eben. Wie viel du daneben geschossen hast. Das war schon aller Freund. Das war beim Monster-Zähnen. Hast du gesehen? Oh nein. Das war schon krank. Ach. War krank schlecht. So. Ich bin wieder auf B. Einer mit lang? Oder? Lauf direkt durch. Da der. Schön. Ist einer mit lang? Der Neo geht mit lang. Ja. Ja. Spricht er nicht mit mir? Ach doch. Neo hat es nicht so mit dem Sprechen. Lang keine Flash. Ich hab lang. Geht zurück. Cutters. Where impล schlorien. Gut. Ich glaub ich ist das. Gutes derrière bauen. CT spawned. Nach 빠 mag durch. bones Сори Einmal 번 zähl nuestros den Immer noch lang, ich brech' zusammen, ey. Nix lang kommt. Lang, lang kommt auch was. Ja, hier oben hat auch was getattelt. Einer kurz. Danke. Komm über lang. Oh, ja kurz, Einer. Für T. City, City. Lass ihn kommen, lass ihn kommen, lass ihn kommen. Nicht fassen, nicht fassen. Weg. 35 Sekunden, er muss die Bombe holen. Braua. Er muss die Bombe holen. Da holt er mich da weg, ey. Wenn ihr dann tot seid, bitte nur konkrete kurze Angaben machen, wo was ist, aber dann nicht irgendwas noch groß erzählen, weil dann höre ich das nicht. Ja, sorry. Ich darf da lang nicht sterben, das ist so doof. Ich bin wieder auf B. Jo. Spottest du kurz, äh, Mitte? Also ich geh A drauf, weil ich Scout hab. Okay. Okay, dann bleib du da, dann mach ich Mitte City, ja? Na? Kurz, Mitte, ja? Ja. Schau zu mal Mitte, ja? Probe. Nicht fassen, ruhig. Okay, ich verschiebe. Wir sind schon durch. Grenade. Flashbang. Die blöden Flashbang. Die blöden Flashbang. Throwing Smoke. Oh je, wollten verschieben. Bild, der wär scheiße, die Ansage, ne? Was hast du da für mich? Hat eine Waffe? Was du sagst, lang kommt und ich schieb von Mitte Richtung und guck kurz und werd von hinten erschossen, weil die lang schon durch waren. Weißt du? Ja, ich habe nur einen gesehen, dann sage ich zu lange. Okay, wieder konzentrieren. Okay. Hast du wieder Aabe? Mitte direkt, was? Nee, ist gehaut, ist was. Palme? Nee, dann mach du. Ich bleib Mitte. Smoke. Two steps. Okay, Basti, nimm du B, ich verschiebe Mitte. Ja, ich bin Mitte. Noch einer Mitte? Doch, lange auch. Zwei Mitte. Drei Mitte. Jetzt nur noch einer ist in den Tunnel gelaufen, ich gehe auf B. Bommel down irgendwo? Ja, Bommel down Mitte. Wo? Ja, sicher. Genau Mitte. Doors. Einer P noch. Ich habe noch einer lang. Alter, ich glaube, ich hätte es nur mit einer P hier rum, ne? Reicht doch. Hast du mal was, deine Scout, oder? Nee, jetzt nämlich M4. Okay, dann gehe ich jetzt lang wieder, ja? Ja. Ich halte weiter meinen Spot. Grab your gear and let's go. Die verschieben zu A, Richtung A habe ich gesehen. Beim C spawn heißt aber nichts, aber könnte A werden. Ich habe... Oh, noch einer, zwei, drei, drei lang noch. Alle drei raus. Das ist das Spar. Einer hat einen M4 von mir. Verschiebt nicht alle bitte, ja? Einer muss Mitte B noch gucken. Ich bin Mitte B. Die können nämlich wieder zurückgegangen sein, ja? Einer auf B drauf. Einer auf B drauf. Einer lang noch. Letzte B. Ah, verschießt auf mich. Der letzte ist auf B drauf, ne? Jo. Auf B, rechts oder echte? Ach so, rechts. Das war aber so klar, ne? Also ich werfe immer nur eine Granate bei A rein, ne? Ja, kannst du ruhig machen. Das Problem ist einfach, dass ich den einfach nicht setze. Den ersten nicht, den zweiten nicht. Und dann mache ich mein Dauerfeuer und dann war die Waffe leer. Okay, jetzt wir auf Steps konzentrieren. Hohe. Ab lang. B kommt was. Flash. Einer down. Noch zweiter. Zweiter. Kurz Step. Kurz Mitte. Drei down bei B. Bombe down bei B. Bitte zu B verschieben. Ich bleib lang. Ich komm nicht weg jetzt hier. Ja, ja. Aber die anderen bitte dann Mitte verschieben. Wir haben B bitte in Mitte nehmen. Alter, scheiße Mitte, Basti. Noch einer? Los, rauf auf B, rauf auf B. Letztes B, los. Der nimmt die Bombe jetzt. Lass die nicht zu viel Zeit zum positionieren. Hinten in der Campe-Ecke war eben. Schön. Wer hat hinter mir jetzt eine Flash reingeworfen? Ja, rat mal. Ihr müsst euch da ein bisschen... Ihr müsst euch da ein bisschen absprechen, dass man auch auf den anderen wartet und so weiter. Oder sagt, ich hab noch Flash oder ich Flash oder... Wenn ich reingehe, Patrick, kannst du keine Flash werfen. Ah, sorry. Generell, wir haben miteinander reden. Hatten die eine Spar, hatten die Waffen? Hat einer was gesehen? Äh, ich meine ja, dass die Waffen hatten. Ich hab Mitte so lange, Basti. Kurz. Palme. Ich hab lang. Danke, Flash. Mitte, Flash. Noch einer low, lang. Einer raus auf jeden Fall. Ich seh sonst nix. Na guck du lang, Patrick, du hast Autosniper, ne? Mitte, durch. Mitte steht einer. Basti bleibt nur auf B, einer zu Mitte. Ja, wo du auch da hin? Schwer zu sagen, ich seh den nicht. Und rein. Cutt das. Bombe down auf B. Leute, zu B, wenn's geht. Kurz steps, glaub ich. Geht aber nicht drauf. Kurz steps, pass auf, hinter euch, ja? Ja, zieht die, zieht die Bs. Groß am Spar, ne, auch. Sieht die Bs. Ja, die Bombe aber nicht, ne? Nee, die Bombe liegt auf B. Pat, siehst du die noch, Basti? Letztes auf B. Auf B step. Komm rauf. Ja, Quid, der Letztes auf B schon direkt drauf. Äh, Neo. Schöne Runde, sauber, Jungs. Schön, schön angesagt auch. Sieht nach Richtung A aus, einige Richtung A bewegt. Lange Flash. Ja. Ich geh Mitte, Basti. Boah, lang raus. Zwei raus. Ach, zwei natürlich, einer. Ich bin down, Mitte bin ich down, kurz kommt einer. Zwei kommt kurz. Ja, definitiv zieh ich zwei kurz. A alleine. Und lang ist von oben. Oh, fuck, letzter. Du bist jetzt letzter. Ah, mit drei. Mehr geht denn da. Zwei Schützen noch warm. Okay, Cola hast du. Ach gut, du brauchst nicht saven. Der eine hat meine Autosniper aufgenommen. Ne, Jo, was glaubst du für eine Waffe? Ich. Ähm. Nein. Ich fall so hoch, M4 nochmal. Musst du mich mal kurz, bitte, sondern Patrick auch, ja? Du bleibst on A, ja? Ja. Do not be afraid. Let's go. Good aid. Bitte gesmoked. Komm ich schon da hoch? Ja, auf mich drauf. Ruhe. Kurz, komm. Kurz. Komm. Ah, ja, ist die Mitte. Kurz, einer down. Ich glaub, lang könnte auch was sein, oder? Ja, kurz war nur ein, zwei, B. In den Cutters. Bombe ist in den Cutters. Ich bin da und Mitte. Grenade out. Einer ist Mitte. Also diesen Rest müsste es sehr wahrscheinlich Cutters. Oh Gott. Bitte läuft wieder. Patrick, lang musst du gucken. Brr. Bitte einer da. Der Bluying Decoy. Bombe Cutters. Oh, Cutters unten. Bombe ist in unserem Besitz. Ich guck erst. Cutters unten ist der. Los Patrick, lauf. Cutters ist nur noch in den Cutters. Oh, ich. Da kann er mir verschieben. Deswegen. Ja, die Bombe ist aber in unserem Besitz. Ja, ja. Schön Runde. Trotz allem. Das Witzige ist, ich guck erst, macht den Jump. Weißt du, guck dann, ne? Richtung Palme. Kopf, ging jemand AWP? Ich hab nix angehört. Wer ist denn hier? E.K.S. irgendwas. Kannst du mir eine M4 legen? Slicks, Slicks, Slicks. Wo soll er denn? Danke, ich hab schon einer. Danke. Komm mal, Buß, 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 Buß. Danke. Kurz wieder Step. An der Lange Flash. AWP noch kurz. Und der erste hatte Pistof. Immer noch AWP kurz. Der zieht Richtung Mitte. Lang, 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 lang. Zwei Mann. Bombe durch, kurz. Kurz Bombe durch. Nicht anlegen die Grube. Deploying Flash Bank. Ich komm von hinten. Kai, kurz. Mitte, da oben. Kommt nach kurz. Macht's schön, der ist der letzte. Drei gegen eins. Irgendeiner musste Richtung B, weil wir haben... Hey, da ist einer von uns. Dankeschön, Patrick. Wie immer mal supergeilen Kralat. Wir haben die Bombe nicht gesehen, ne? Doch, kurz, ne? Ja, die ist bei mir. Ruhe bitte, jetzt. Ich höre nichts. Der ist Kiste. Schön, schön. Geh' ich noch mal lang direkt, ja? Ne-Yo? Weil... Immer boosten ist auch scheiße. Ne? Ja. Irgendwann rassen sie das auch. Move it, move it. Versuch mal grobe durchzukommen. Du bleibst in Ecke stehen, ja? Oh, ich seh' nix. In grobe. Kurz, 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 kurz. Hab ich Bombe down. Schön. Noch einer lang. Ach, der hat die Bombe geholt. Ist wahrscheinlich jetzt wieder auf kurz gegangen. Oder erwartet. Nicht so viel reden. Ich hör' nix. Oh, lange Steps. Kurz. Kurz, Mitte gefallen. Kurz sind sie und können sich nur entscheiden. Geh' in Mitte. Mitte. Zwei Mitte. Mitte gefallen. Einer ist jetzt Mitte konkret reingegangen. Basti, worauf auf... Ich hab die Bombe hier, ne? Ach so. Auf zu A lang, bitte dann. B aufgeben. Er kann die Bombe genommen haben. Dann Mitte gucken, Basti. Oh, scheiße. Basti, Bombe hab ich noch. CT spawnen. War das CT spawnen, Basti, oder wo? Nein, bitte. Der kommt, der kommt voll lang. Hab's Step gehört, voll lang. Gut. Wie viel Kohle hab ich? Ja, aber es reicht. Versuch, wieder grobe durchzukommen, ja? Wirk? Ja. Let's go, people. Okay. Die kommen zu B. Hört sich nach B an. Scheiße, Mitte. Mitte gefallen. Bombe down auf B, er hat jetzt einen neuer geschnappt. Zwei drauf. B fällt gerade. Ne, Baby ist noch. Bombe ist aber definitiv B. Letzter auf B. Basti alleine. Oh, Alter, du Monster. War guter Ried, Dirk. Optisch, Six. Hä? Bild dir nichts drauf ein. Was optisch? Ja. Monster. Ich hab keinen Rauch, Basti. Gut. Alter, wie viel Kohle ihr alle habt. Zu oft gestorben. Wir späten. Vico ist aus. Feier in der Hohle. Grenade. B. Oder? In dem Fall kam ne Flash. Boah, ich bin so blind. Ja. Zwei Mann raus. Zwei Mann raus. Einen hab ich. Wo lang oder was? Blaue Kiste, einer noch, ja. Hab meine Waffe. Ich glaub, dir hat ein paar. Einer lang. Bombe down Mitte. Einer lang mit Waffe. Basti, ich brauch dich Mitte. Ja. Bombe down lang, glaub ich. Ne, Bombe down Mitte. Kurz. A drauf. A drauf. Ist egal, Bombe down Mitte. Jetzt halt mal ruhig. Um's zum dritten Mal zu sagen. Einer noch. Auch lang. Läuft andersrum. Lauf mal hin. Oh, er hat mich. Auto ist ruhig. Läuft. Aber das ist gequatscht über mein Fehler, ne? Ich dachte, den der Patrick auf lang da gezogen hat, dass da die Bombe getroffen hat. Ich hab dreimal schon vor, zweimal schon vor gesagt, das ist Mitte down, ja. Ich weiß. Deswegen hab ich ja gesagt, war mein Fehler. Ja, ist egal. Macht ja nix. Aber dann irgendwann ist mir der Geduldsfaden geplatzt. Ist doch richtig. Ich hab schon meine Fresse gehalten dann, oder? Ja, ja, genau. Kann ich nochmal kurz boost haben, bitte? Bisschen variabel spielen, weißt du? Auto-Sniper haben die. Ja, ja, ist klar. Die haben jetzt Loser-Bonus. Einer kurz zusammen. Mach du lang. Mitte und Tunnel. Ja, die versuchen Mitte jetzt zu kommen. Decoy. Kurz einer Headshot, 20 AP. Geht wieder zurück. HE ist gut. Bombe down, kurz. Grenade out. Er ist Mitte. Mitte, der letzte Mitte. Bitte kurz die Bombe saven. Er ist jetzt bei der Palme. Oben rechts. Bist du wohl. Zu lang? Was sind denn so Föcker? Ich glaub lang drin, oder Richtung Terror-Spawn. Geht unter Terrorismus. Schöne. Letzte Runde. Alter, guck mal, was sie für eine Waffe gekauft haben. So, ich bin wieder gut ausgerüstet. Okay, wir haben jetzt drei Sniper. Let's move out. Ich hab wurscht, Autosniper kannst du nicht als Sniper bezeichnen. Du hast Autosniper? Für lang? Ja. Ich bin Cutters bunten. Die haben gesmoked Mitte. Hab nix lang. Geh mal bitte Richtung A-Spot, ja? Ja. B kommt. Scheiße, er hat mich. Ich bin Cutters down. Einer. Cutters Mitte. Gehst jetzt Cutters unten. Das war aber auch der letzte Basti, glaub ich. Sonst kommt da keiner. Wo zur Mitte läuft, glaub ich, noch was. Mitte unge... Ja, doch. Mitte hat Neo. Cutters oben, aber was. Ja! Cutters. Mach mal kurz Mitte was, Step. Ja, die sind generell Mitte. Die wissen noch nicht, was sie machen wollen. Wir hätten hier gern mit einer. Vorm Tor. Tricks. Also schön defensiv bleiben, die sind immer noch nicht durch. Kurze gefallen. Neo alleine bei lang und kurz. Ich hab lang. Achso, sorry. Mitte ungedeckt, Basti. Lang kommt. Bombe down, CT spawnen. Sind die beiden. Ein paar Mal oben, ja? Okay, Basti, pass auf. Sind die AFK? Kann ich mir nicht vorstellen. Geh mal gucken, ja? So spät. 14.1 nenne ich mal... ...ein Bolster. Wollt schon seltsam, weiß ich ja. Kein Zip, kann gar nichts. Kann bitte einer die Bombe nehmen, ich geh lang sofort zu becken, ja? Aber keiner hinterher. Falls ihr ja nähen müsst, müsst ihr sofort woanders hin gasen, ja? Ich geh mit so kurz, lass mir die Optionen offen. Ja, du kannst immer noch Katast runterladen oder sowas, weißt du? Ich seh ja, wenn die auf mit zwei, drei Leuten kommen, ne? Da ist das runter. Wo wollen wir hin? Einer, mindestens B. Zwei Mann. Kurz, clear. Wir sitzen da, ne? Kaya, komm. Geh lang raus. Ah, safe. Bleib lang. Ja, das hat's been planted. Ich hab lang. Oder? Ja. Oh. Kommt vom B. Ups, sorry, mein Fehler. Oh, redig mich auf den Arsch. Von B nach CT spawnen. Okay. Direkt. Schafft er eh nicht. Könnt abhauen. Noch mal Galol und geh lang, ja? Wir könnten irgendwas raschen, wenn wir wohl nehmen. Na wohl, na egal. Bin ruhig. Ja, war nur ne Überlegung. Abhauen, abhauen, nicht reingehen, lang. Ja, komm, Kai. Boah, lang noch, lang. Zwei, oh. Ach, zwei Schroffling. Warte, wir sind hinter dir, ne? Bis hinter dir bin ich. Warte, Mann, hinter dir, ne? Kurz, kommst hinter dir auch. Da geht nichts rein. Oh, meine Fresse, haben die uns jetzt schön reingemacht. Mit der AK setzt den Headshot nicht, da kommen zwei Schroten auf dich zu, ne? Ja, ja. Ich kauf nix. Ich auch nicht, hab nämlich nix zum Kaufen. Wir haben genug Zeit. Und drückt immer schön in die Aufnahme. Und ich hör die Steps noch, weißt du? Aber nein. Aiming versagt, ja? Ja, P90. Genau. Drei Mann. Lang auf? 66 hat er kassiert in Cutters mit der P90. Zwei Cutters. Komm jetzt C-Spawn wahrscheinlich. Ach, du bist alleine. A ist frei. Du bist alleine. Du bist alleine. Nimm die Waffe. Da kommt der Rest kurz. Mach so viel Kills, wie du kannst. Wenn du nicht verraten willst, ne? Da musst du einen Headshot setzen, ne? Geht lieber hoch. Aber lang kommt auch. Und CT. Hattest du eigentlich kein Headset? Naja, dann nicht. 4, 3. Ich kauf immer noch nix. Warte doch mal ab hier. Lass uns doch mal alle Ruhe alle mal zusammen kaufen. Die werden das bestimmt noch mal versuchen lang. Ja, dann stell dir doch mit vier Mann davor. Ich mach B und versuch was wegzuholen und Waffen abzugraben. Geld machen, ne? Ja, nicht rein, nicht rein. Na egal, lass den laufen. Ja, egal. Oh, Mitte, Karma. Wie hässlich ist das? B auch einer. 2. So, jetzt haben wir doch alle Geld eigentlich, oder? Wenn ich kaufen kann, kaufe mir ne Arbe. Und dem ist auch so. So, ich decke mal vorlang ab, ja? Ich decke Mitte Brauch jemand, der genau lang deckt Haben wir noch einen zweiten, der vorlang mit abdecken kann? Ja Dann gehe ich rechts Richtung Auto, ja? Ja? Ja Warte mal, ich schau euch erstmal, ja? Mitte Und, äh, Cutters unten Einer auf Cutters unten Die smoken jetzt, Achtung, die kommen jetzt ganz massiv Zu unserem Spawn Langkommt auch Oh, Mitte hoch Mitte sehe ich nicht mehr, die haben sie geraucht Ihr seid doch da mit zwei, Mann, äh Ich hab erst den, den ihr nicht sehen konntest, weggeholt Und dann kam der schon in die Mitte Zwei gegen drei, alles noch zu holen Wo bist du, Basti? Cutters oben, jetzt geht Cutters unten Cutters unten ist down Gut Einer noch Lass mal Mitte horchen Mach mal Steps Mitte Falls hört man ihn dann Kacke, der ist oben beim C-Spawn Zu laut, zu laut, zu laut Pst Zuletzt unten Ich hab mir selbst gekostet Gib 10 Schaffst du noch, wenn wir legen Ah ja Direkt in der Kiste Schön leg Und dann verschanzt dich Bomb has been planted Hock dich hin Das ist ne Decoy, lass dich nicht irreführen Hab ihn gesehen, kurz, äh, grube Dann warte, nicht facen Er hat mich auch gesehen Dann geh hinter die andere Kiste, wenn du schaffst Da kommt die Granate Schön, das hat schon Überreicht ihm jetzt Schön, weiter Schaffst du schon Oh, in welch jetzt Willst du ganz machen, was du willst Nice, sehr schön Das war wieder eine neue Runde mit Captain CL Bis zum nächsten Mal, ciao